Es war einmal ein Zuhause, welches Platz für jeden wird, weißt du? Es war einfach unbeschreiblich, groß, sperelos und besaß jede erdenkliche Form. Doch jetzt ist es klein und in vier Ecken eingeteilt. Wäre das Leben ne Prüfung, wäre Minimalismus die Lösung. Nur weil man den Kopf im Sand behält, ist man noch lange kein Ergo. Wer übernimmt die Führung, wenn die Führung sich übernimmt? Wie viel schmerzt sich den Rhythmus plötzlich macht alles einen Sinn? Welch schmerzt, wenn ich mir vorstelle, frei zu sein? Denn selbst der stolzeste Adler wird von uns eingekreist. Festgenommen, im Geh, mich geworfen, eingeschweißt. Bis auf die längste Feder von uns Monstern einverleibt. Keinerin muss hier das Recht so zu handeln. Und schlagend verwirrt, aber in Ratten verwandelt. Der Mensch hat sich selbst auch genannt wie ein Schipanze. Zu lang abgehoben in der Nutzigkeit der Lande. Garten Eden, glitzeklein, optimierte Größe für Körper und Geist. Jeweils zwei Exemplare für alles männlich-weiblich. Doch wir missachten die Regel, denn es reicht nicht. Kurzes Leben überfüllt von zu viel Zeug. Jagen, damit sparen, ich bin es leut. Eltern haben ausgedient, doch jetzt sind sie ein. Die Scheiße macht Drenge, weil es nie wirklich reicht. Ob Täter oder Opfer, keiner weiß, was er macht. Nun bist du eigene Wahrheit, nur zieh aus, diese Macht. Frag die Wiederwahrung, lass es du dir zu aus. Sie sind alle so dumm, aber unschuldig auch. Wir alle haben uns und denken, wie wir heute sind. Dieser Ort, der dich bläht, darum musst du hier weg. Gott hat mich mit Heimwiss zurückgelassen. Jetzt hab ich nichts mehr zu verlieren und bin bewaffnet. Ich bin ein. Bis zum nächsten Mal.